Wenn du dein Baby immer sicher bei dir haben willst, brauchst du die passenden Voraussetzungen dafür. Wir haben die Lösung für dich. Denn heute wollen wir drei verschiedene Modelle von Babytragen aus drei verschiedenen Preisklassen anschauen. Willst du dich noch weiter zu den Modellen informieren oder eine der Maschine bestellen, schau einfach mal in der Beschreibung vorbei. Dort haben wir dir alle drei Varianten verlinkt, sodass du eine gute Kaufentscheidung für dich treffen kannst. Bleib bis zum Ende dran, um alle Modelle kennenzulernen. Als erstes und günstigstes Modell haben wir die Gagaku Babytrage. Was diese Babytrage wirklich auszeichnet, sind die vier verschiedenen Tragepositionen. Egal, ob euer kleiner Liebling euch ansehen möchte, die Welt entdecken will oder einfach nur auf eurem Rücken schlafen möchte, diese Trage macht es möglich. Sie ist für Babys und Kleinkinder von 0 bis 36 Monaten geeignet, mit einem Gewicht von unter 15 Kilogramm. Ein weiterer Punkt, der mir wichtig ist, ist das atmungsaktive Material. Der 3D-Netzstoff sorgt dafür, dass euer Baby selbst an heißen Tagen nicht ins Schwitzen kommt und verhindert Hitzeausschlag. Und wisst ihr was? Die leichten und maschinenwaschbaren Stoffe sind so designt, dass sie nicht nur funktionell sind, sondern auch euer Baby trösten. Ich muss auch über die Fitgo-Verstellbarkeit sprechen. Die Breite der Hüften eures Babys ist einstellbar, damit ihr verschiedene Positionen ausprobieren könnt. Die gepolsterten Schultergurte und der unterstützende Hüftgurt sind so designt, dass sie sich an verschiedene Körpertypen und Lebensstile anpassen. Das ist wirklich ein Pluspunkt, wenn beide Elternteile die Trage nutzen möchten. Für mehr Infos zu diesem Modell, klick einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort kannst du die Baby-Trage auch direkt per Prime-Versand nach Hause bestellen. Als nächstes haben wir das Koala Baby Care Tragetuch. Mit den zwei einstellbaren Stoffbändern kannst du es spielend leicht perfekt anpassen. Kein Gefummel, keine komplizierten Knoten. Und das Beste? Die Bänder sind kürzer als bei anderen Tragetüchern, also bleibt nichts am Boden schleifen. Praktisch und sauber, genau wie du es in der hektischen Welt des Elternseins brauchst. Aber das ist noch nicht alles. Du weißt, wie belastend es für den Rücken sein kann, wenn du dein Baby längere Zeit trägst. Hier kommt die ergonomische und atmungsaktive Rückenstütze der Koala Baby Care Baby Trage ins Spiel. Sie entlastet deine Schultern und den Lendenbereich Komfort auf einem völlig neuen Level im Vergleich zu herkömmlichen Tragen. Ein weiterer Punkt, den ich lieben gelernt habe, ist die Tatsache, dass sich dieses Tragetuch nicht lockert. Du musst es nicht ständig nachbinden. Die Ringverschlüsse halten es immer sicher an seinem Platz. Alle weiteren Infos zu diesem Gerät kannst du im zweiten Link in der Videobeschreibung erfahren und ganz einfach direkt bestellen. Als drittes und letztes möchten wir dir den absoluten Bestseller und unseren Favoriten, die Ergo Baby Omni Baby Trage, vorstellen. Sie bietet nicht nur eine, sondern gleich vier ergonomische Tragepositionen. Das bedeutet maximale Flexibilität für dich und vor allem den höchsten Komfort für dein Baby. Sie unterstützt die natürliche M-Form der Hüfte. Das ist nicht nur bequem, sondern auch gesund für die kleinen Rackern. Apropos Komfort, diese Trage ist nicht nur für die kleinen, sondern auch für dich gemacht. Die Lendenwirbelstütze und die extra gepolsterten Schultergurte sorgen für langanhaltenden Tragekomfort. Denn wir wissen glückliches Baby, glückliche Eltern, oder? Die Ergo Baby Omni passt sich dem Wachstum deines Babys an, von Neugeborenen bis hin zu Kleinkindern. Und das ganz ohne zusätzliche Einlagen. Der Sonnenschutz mit UPF 50 Plus und die absteckbare Babyhaube garantieren nicht nur Schutz vor Sonne, sondern auch Privatsphäre etwas, das gerade unterwegs unverzichtbar ist. Und hier kommt das Sahnehäubchen. Diese Baby-Trage wurde vom International Hip-Dysplasia-Institut für ihre hüftgesunde Form anerkannt und erhielt das Gütesiegel der Aktion Gesonder Rücken IV. Also nicht nur bequem, sondern auch rückenschonend. Mehr Infos zu diesem Gerät über den dritten Link in der Videobeschreibung. Wir hoffen, wir konnten dir die Kaufentscheidung erleichtern. Falls du immer up-to-date bleiben willst, kannst du gerne ein Abo dalassen. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß mit deiner neuen Baby-Trage.